Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12706 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich esse nicht immer nur etwas Gesundes. Manchmal gönne ich mir auch ein paar Kekse. Ich esse nicht immer nur etwas Gesundes. Manchmal gönne ich mir auch ein paar Kekse. Ich esse nicht immer nur etwas Gesundes. Manchmal gönne ich mir auch ein paar Kekse. Das Lernen von Vokabeln wird durch Online-Übungen erleichtert. Bist du dabei? Das Lernen von Vokabeln wird durch Online-Übungen erleichtert. Bist du dabei? Das Lernen von Vokabeln wird durch Online-Übungen erleichtert. Bist du dabei? Vernünftige Planung ist eine Kunst, die sich mit der Erfahrung verfeinert. Vernünftige Planung ist eine Kunst, die sich mit der Erfahrung verfeinert. Ich bin davon überzeugt, dass wir in dieser Situation genau das Richtige tun. Ich bin davon überzeugt, dass wir in dieser Situation genau das Richtige tun. Ich habe verschiedene Reinigungsmittel für unterschiedliche Oberflächen. Ich habe verschiedene Reinigungsmittel für unterschiedliche Oberflächen. Ich weiß nicht, was für ein Parfüm du benutzt, aber ich mag dieses am liebsten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.